Mit Kind und Kegel auf Let's Dance Tour Bei Profitänzerin Renata Lusin läuft es gerade richtig gut. Die 37-Jährige könnte glücklicher nicht sein, und das gilt für Beruf und Privatleben. Denn bei der großen Live-Tour steht Renata endlich wieder auf der Let's Dance-Bühne und ihre geliebte Familie ist auch dabei. Ehemann Valentin Lusin und natürlich auch ihre kleine Tochter Stella. Anstrengend, aber absolut machbar, findet Renata. Dass sie es liebt, Vollprofi und Vollblut-Mama gleichzeitig zu sein, zeigt der Let's Dance-Star jetzt mit Stillbildern via Instagram. Mit ihrem Posting will Renata Lusin inspirieren. Wir sehen Renata Lusin in vollem Tanz-Outfit inklusive Perücke-Backstage bei der großen Let's Dance-Live-Tour sitzen. Lächelnd schaut sie auf ihren Augenstern herab. Töchterchen Stella liegt in Mamas Armen und wird gestillt. Mit ihrem Posting richtet Such Renata Lusin nicht nur an ihre vielen Fans, sondern auch an ihre Kollegen. Hiermit wollte ich viele Leistungssportlerinnen oder Künstler etwas inspirieren. Ich stille mein Baby noch. Wie lange? Ich weiß nicht. Wir werden es gemeinsam spüren, schreibt die 37-Jährige. Seit März 2023 sind Renata und Valentin Lusin stolze und glückliche Eltern. Nach einem schweren Kinderwunschweg hat sich der große Traum des Let's Dance-Paares endlich erfüllt und sie halten Baby-Stella in den Armen. Wegen ihrer Schwangerschaft und der Geburt hat Renata Lusin zwei Staffeln und eine Tour von Let's Dance, hier vergangene Shows auf RTL Plus streamen, pausiert. Mit ihren Stillbildern der Let's Dance-Tour in Hannover will Renata nochmals bekräftigen, wie sehr sie es genießt, ihre beiden großen Leidenschaft vereinen zu können. Das Foto bleibt für mich für immer in Erinnerung. Zwischen den Tänzen wird Stella auch gestillt oder vom Papa gekuschelt. Manchmal bekomme ich Nachrichten, dass durch Sport die Milch sauer wirkt. Davon merke ich nichts und Stella genießt immer die Mahlzeit von Mamas Brust, schreibt Renata. Und weiter. Ich hätte nicht gedacht, zu was mein Körper fähig ist. So versuche ich aber, eine Balance zwischen meiner beruflichen Leidenschaft und meinem Mama-Sein zu finden. Mit einem Kleinkind auf Tour zu sein, ist eine Herausforderung. Aber eben eine schöne. Ich denke jeder muss es für sich selbst entscheiden. Wir sind glücklich, so wie es gerade läuft, auch mit allen Herausforderungen und Problemen. Wir sind glücklich, so wie es gerade läuft. Ich denke, wir sind glücklich, so wie es gerade läuft.